Mit zittrigen Fingern strich er ihre Haarsträhnen aus der Stirn, behutsam und liebevoll, so als ob er ihr kein Haar krümmen könnte. Eigentlich waren es keine Strähnen, sondern eher Locken, nasse Locken, die sich mit Regenwasser vollgesogen und in die Länge gezogen hatten. Pechschwarz und schwer klebten sie auf der braunen Haut. Er hatte alle Mühe, die widerspenstigen Haare mit seinen Fingerkuppen zu bändigen. Immer wieder entzogen sie sich seinem Zugriff, kräuselten sich und fielen zurück in ihre alte Position. Aber anstatt sich zu ärgern, lächelte er milde. Wie schön sie doch war, dachte er bei sich. Auch jetzt noch, nachdem sie bereits mehrere Stunden tot war. Noch einmal rückte er die tropfnassen Fichtenzweige zurecht. Dann schien sein Werk vollendet. Er erhob sich und trat einen Schritt zurück, die Hände gefaltet mit wie zum Gebet gesenktem Blick. Ein Schuss in der Ferne unterbrach seine Andacht und holte ihn in die Gegenwart zurück. Ein zweiter Schuss mit Kugelschlag, dieses Mal ganz in der Nähe, folgte unmittelbar. Er musste hier weg. Schweren Herzens wandte er seinen Blick von ihr ab und entfernte sich mit eiligen Schritten. Er war bereits im Schatten einer tief betrauften Fichte untergetaucht, als er plötzlich innehielt. Nachdem er einige Sekunden nachgedacht hatte, kehrte er noch einmal zurück. Mit dem Absatz seines Stiefels kratzte er etwas in den sandigen Waldboden. Danach machte er sich davon.